weiter geht's mit joshis created world wir betreten den rumpel dschungel ich bin so kaputt ich hätte ich doch nur 15 grünste blumen ach da bist du bei mir an der richtige gestellt hat sogar 313 aber du bist nur 15 also hier gebe ich dir 15 warum auch immer wieder so eine ungerade zahl hatten aber jetzt haben wir eine gerade zahl zwar keine 300 wie ich erwartet habe aber okay danke es geben wir schon viel besser öffnen uns den koffer cool so wird in dem koffer drin ja tatsächlich und bildschungel herz gekommen oh yes guckt durch das an das niedlich aus und das ist auch übrigens die letzte welt vor dem vierten kristall tierreich erkundung hier reicht erkundung toller name das auf jeden fall das erste level hier in dieser welt und es sieht so aus als könnten wir vielleicht ein dino reiten doppelpunkt o vielleicht könnten wir auch plessi reiten weiß er nicht ideen hier könnt mich gerne gut viel könnt mich gerne hier anschreiben ich bin dabei so aber jetzt geht es natürlich wieder darum nach den 100 prozenten so suchen wie süßen koalas hier und nein nicht die magneten und gerade jetzt wo wir magneten level nach jahrhunderten wieder haben was ich nicht mag ich mag nur geht nämlich natürlich im single player super heißt es wird noch anstrengender und tatsächlich es gibt dinos echte dinos die auf uns zu laufen ja gut echtens vielleicht nicht aber genau so gefährlich wie echte gut ich kann das nicht öffnen weil ich habe keine eier wisst ihr was ich habe noch mal neu ich habe nämlich das den einen alles sagt ich habe das eine ei auf die perenne geschmissen und das war der fehler und den anderen habe ich sogar einfach zerstompft keine ahnung warum man hier einen nichts gibt ich habe jetzt einen blog erwartet aber nein ich finde ich aber es passt voll hier mit den koalas und magneten das sieht so süß aus hier so guten tag ich hätte nur gerne da oben das ding da und ich freue mich eine blume es gibt sechs blumen hier in diesem level gute verfolgen ist ja man kann es gerne weiter noch was wir weiter und gut nein wie lange das genauso wie schnuffel wird auch immer in die richtung geht das bringt glaube ich nicht das war glaube ich dumm also ein mensch glaube ich muss um jeden locken und dann über den springen und dann schon mal schildkröte mit der runde und zebra ist es cool hier ich will ja alle abschließen aber ich fühle mich hier so zum teil wie bei pokémon snap ist voll cool ja oh gott ich hab das gefühl dass da unten noch was ist könntest du dich bitte verpieseln mein kleines kinochen ich wusste es und es waren sogar wichtige rote also bin ich froh dass ich das noch mal geholt habe gibt noch mal herzen mehr gibt sie glaube ich nicht aber tatsächlich bin ich schon gespannt was man hier suchen muss später weil es sieht echt gut aus und nein die blaue münzen die sollten hoffentlich nicht so schwer sein nein sind sie nicht sind sie nicht sind sie nicht sind sie nicht sind sie sind sie nicht nice was aber ein gegner auch sorry dann habe ich gar nicht gemerkt heute mein bambus dabei hier passend dieser welt wusste nicht mehr dass das so eine welt hier wird was ich kann nicht auf den stehen kann nichts auf den stehen nein kann ich nicht okay verdammt jetzt habe ich mein kostüm verschwendet ach ich bin dumm ach aber guck dir das an von den ganzen abnüge ist jetzt endlich auch dieses giraffen ding das hat man schon noch mehrere artworks zu sehen dass es das gibt so eine giraffe die muss man schieben und dann kommt man weiter oder so kann ich es endlich auch aufs pfantel packen kein sack weg mit dir bis dann hier gibt es noch was ich hätte da oben klatter versteckt aber auch nicht und dann ist aber nicht soweit nicht soweit ganz ruhig ein freund wollen dass er nicht über ein jahr sonne geraffe an der jura was gibt es hier herzen supi ich habe jetzt kein kostüm das muss ich aufpassen ja ich muss aufpassen definitiv ja ich wollte schon gerade sagen die hier nicht sind gepackt das wäre mich echt gewundert was das ist nur für normale münzen ich will das level nicht neu starten eigentlich aber irgendwie auch schon weil ich jetzt kein kostüm mehr habe ausgesehen warum das bambus ding was so wenig herzen hat das geschenk ist natürlich sehr offensichtlich wer das nicht sieht dann keine ahnung da habt ihr keine augen ja fall runter okay schon einiges hier unten könntest du das kurz für mich einsammeln mein freund moment bevor wir weiter gehen oben nichts nur münzen wir brauchen münzen aller jeder war eine rote was fehlt uns denn bisher wir hatten schon lange keine blume mehr sind eine blume sieht nicht danach aus nein okay dann werde ich auf screen die herzen machen weil die habe ich definitiv verkackt sieht man ja die habe ich definitiv verschieße und hier kommt man bestimmt auch durch wenn man ganz vorsichtig dran durch hindurch fliegt ist auch egal ich habe kein kostüm oder kann nämlich kurz killen weil dann glaube ich krieg mein kostüm sogar wieder und dann wenn ich glück habe da kommt ich ganz kurz weil wenn ich mich jetzt gehen lasse dann glaube ich krieg mein kostüm wieder jetzt ich muss haben ja hier war der gut dann werde ich mal hier kurz schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder wieder zurück an ort und stelle noch mal alles gesammelt und jetzt haben wir sogar ein kostüm das ist ja richtig was was tun was tun hier oben geht es weiter das heißt ein bisschen nach unten hier der ecke ist wahrscheinlich was oder hier nicht das ist bestimmt was hier ist was nein ich habe sie getroffen oder doch aber ich hab's getroffen nein fast dies von fast dies von das ist mir egal ich brauchte es da oben ist eben schenkt wollen wir haben fast alle roten münzen schon und trotzdem fehlen uns vier blumen ist das richtig habe ich etwas verpasst warte seht ihr das da kann man das abschließen für später auch gott was mache ich eigentlich okay na was das was was ist zu tun das nehmen das ist schon klar vielleicht ein paar eier mitnehmen das wäre was hat sich ja hinten noch ein geschenk da oben ich weiß es noch nicht werden wir gleich glaube ich noch sehen ok da kommen wir hoch ist ein geschenk näher bei dahin ist eine blume dran ist natürlich wo ich wusste wir haben was verpasst aber wo soll ich da jetzt noch versuchen eigentlich will ich ja schon jetzt danach suchen und was ich dachte mir habt ihr schon gedacht dass in irgendwie kaputt platzen kann aber ich habe mir nicht ich habe danach aber nicht mehr gedacht dass er das doch kann also ich mach keinen sinn also ich da habe mir schon gedacht dass er die kaputt platzen kann aber dann hat das irgendwie nicht gemacht getan dann dachte ich mir nähe kann es doch nicht aber doch das kann er okay dann haben wir doch nichts verpasst alles gut leute seht ihr 100 prozent completion ist hier alles klar ist tatsächlich sehr kurz schade eigentlich mag das level sehr auch sowas wieder ich sehe es ist sowas eigentlich einfach da bin ich gut drin sowas ok sie durch den an office eine nie erfüllte liebe und wir können es gerade wie da oben war irgendwas da oben ist was soll die brückenteile die summa jetzt ich weiß hier hinten ist noch ein bisschen platter dring und wir haben alle roten mit sind und fehlt nur noch die letzte blume und wo sie ist wer weiß wenn man es erst wenn man ist eigentlich so ach hier hinten schau dich das mal an da ist es ok sagt 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 was hochbräuch wollte die abschmeißen hier jetzt kannst du rüber oder vielleicht auch bruder und schwester ihr immer hilft uns bitte joshi macht das so süß yeah wie joshi guckt das wow epic wie kann man lang ey wenn hier jetzt ey wenn hier jetzt die blume ist nein wie cool ok das ist ja mein lieblingslevel gewesen oh mein gott das level war richtig cool und wir haben sogar alle 100% juhu echt cooles level habe mir sehr viel spaß gemacht ja da kann man stehen gut das war's und auch mit diesem level Ich glaube die rest der welt ist auch zu cool aber wenn der rester welt auch so cool ist dann haben wir ja richtig coole level auf zu auf uns vor und zwar heute doch eins jetzt werden wir zwar erst nächste folge wahrscheinlich sehen ich weiß nicht ob die zeit erreicht aber wir werden jetzt das zweite level noch mal anschauen wir uns aber erst mal ein anderes outfit anziehen auch die kuh der mich schon so lange und die benutzt jetzt bin zwar die kuh hier im hoppel die hüpf oder gibt's fröche und sonst kann man auch selber basteln ich habe da leute gesehen die früher habe ich so leute gesehen die sowas gebastelt haben ich finde das voll cool ja die musik ist leider gleich das spiel hat vielleicht 30 soundtracks gefühlt und dann war es das was nein meine armen kuh in ruhe die funktionen glaube ich genauso wie die pirenes aus mario maker da diese einen aus für die welt da ist schon was ich meine man kann auch erkennen dass die rot münzen in die andere richtung drehen daran erkennt man wie viele blumen oh gott 7 wo soll ich denn hier sieben rote münzen finden ich habe gesagt ich sind so ein trampolin aber nein man muss mit ihrer hilfe an alles rankommen da oben war tatsächlich irgendwo was okay münzen aber ist ja nicht so schlimm wenn sie können wir ja auch noch gebrauchen braucht dann jeden level 100 münzen was viel zu einfach ist dachte das ist pro level dann anders und wird dann auch immer schwerer pro welt aber nein dachten sie so ja wir machen so eine coole neue idee wo man jeden level sammeln sagt sie so und dann haben sie irgendwie vergessen das existiert und dann ja so schlecht wie das vor und die wollten einfach dass man am ende am ende mehr blumen ausgeben muss dafür muss man den blumen ausgeben da habe ich mich so viel gespollert aber mehr als lächerlich die blumen sind nämlich wichtig aber mehr dazu in den nächsten paar parts oder je nachdem wie lange das jetzt noch dauern wird ich weiß ja nicht wann wir endlich beim endboss sind aber wir kriegen ja dann nächste folge schon den oder übernächste folge schon den vierten kristall wir sind erst bei folge 22 ich finde das wäre auch richtig cool bisher noch nicht so cool wie das andere vorher aber trotzdem sehr cool ist glaube ich bisher meine lieblingswelt hier ich fühle mich hier schon wie zu hause aber sie geht es lang wo also was soll denn das bist du immer wenn er meine kuh umbringt junge bringen meine kuh der you dann haben wir zusammen große probleme freund dann haben ein großes problem du wagest du wagest dich meine kuh um zu bringen ja hallo nein halt nicht ich hole jetzt erstmal alles ab hier ich wollte irgendwas vergesse oh gott herzen ah ich brauche sie nicht okay hier habe ich irgendwas vergessen ich fliege kurz nach drüben ja da habe ich was vergessen seht ihr aber ist auch nicht schwer ich habe gedacht man muss denn irgendwie am ende den letzten paar 11.000 münzen damit oder so und dann muss ich mir so denken okay wo kann man auch münzen finden nö easy warum kann man hier kaputt machen ich werde ich werde nichts dazu sagen ich werde mich da enthalten ich dachte da unten wäre eine plattform dann wäre da vielleicht eine blume oder so oder rote münzen nö troller lol da ist gar nichts lololololol oh dein kostüm ist weg ja egal super wow Digga wie weit kommt ihr denn zu mir nein da kommt ihr nicht hoch okay hier gibt es ganz viele schnecken ich wette man muss die überall dann später sammeln hau ab alter oh nein aber das echt gut gemacht wohin die alle gehen gefallen tut es mir trotzdem nicht oh nein nein geh weg wie soll ich denn da ankommen wie soll ich das was achso nein mein kostüm ist ja weg deshalb nehme ich ja so viel schaden na was mache ich jetzt kannst du bitte gehen es wäre eins mein Lieblingslevel weiterhin gewesen wäre der scheiß nicht da ich brauche seine hilfe ganz kurz ganz kurz bitte bitte deine hilfe ich muss da hochkommen irgendwie wow kein treffer beim nächsten checkpoint können wir nämlich nochmal alles richten was okay ich bring mich kurz um okay ich bin wieder hier und ich bin mir sehr sicher bisher ich hasse das level es hätte eins meiner Lieblingslevel werden können wurde es aber nicht und jetzt bin ich einfach nur stinksauer auf das level so ich sollte ich wieder alles haben ich hoffe ich habe jetzt wieder alles okay keine ahnung was ich da jetzt hätte machen sollen cool aber gut ist nur mein kostüm so lange mein kostüm auch nicht kaputt geht sollte alles fein sein was ich kann auf seinen körper latschen habe ich gerade nicht richtig gesehen okay aufpassen der kommt jetzt setzt hier hoch okay ich kann auf seinem körper latschen das ist super zu wissen vor allem auch das aber nicht nein da kriege ich nämlich schaden was macht er was macht er ich habe keine ahnung wo lange er will was ist das für ein verwirrendes und seltsames level und dahinten habe ich ein geschenk gesehen ich habe nur angst dahin zu latschen weil der typ mir gleich auf die pelle rückt seht ihr alter junge der drückt mir sowas von auf die pelle hör auf böse hau ab meine güte verschwinde ich will da hoch wir wissen was es hier gibt nein ach du blöder ich will noch irgendwas sage was ich später bereuen werde was passiert hier alter was passiert hier ich habe keine kontrolle mehr über irgendwas und da oben ist was kannst du bitte da oben ja perfekt danke dass mir auch minzen einsammelst du mein freund ja wir sind jetzt freunde einfach so hab ich irgendwas übersehen also laut dings hier nichts und mir fehlt ein warum fehlt mir ein herz da gibt es irgendwas bei ihm bei der piranha da gibt es was warum sonst sollte hier einfach so random piranha stehen wir mussten unsichtbarer flatter sein nein jetzt ist meine laune ist leider wieder weg ach da unten kann ich stehen ich bring mich noch um ich habe ein checkpoint zum glück war hier direkt hier vorne ein checkpoint sonst wäre ich komplett ausgerastet gleich das wird euch nicht könnt ihr euch nicht vorstellen wie ausgerastet wäre so reicht da oben waren drei red coins glaube ich dann sieht man auch wie die in die andere richtung drehen was ist das wollte mich eigentlich ärgern die wollen mich doch ärgern ich wollte mich definitiv ärgern was sollen das da oben was raus ja okay ich dachte da könnte ich mir vielleicht rein aber joshis crafted world und sub areas was wo denkt ihr denn hin also ganz ehrlich eine blume und vier rote münzen fehlen mir noch da oben ist bestimmt was sag mir nicht ist das ziel sieht aber so aus als wäre gewiss hier weiter gehen und unten ist unten was ich würde gerne sagen ja aber so vieles das spiel kennt ist ja nichts so kommt man bitte schnell runter ich bin doch ich weil ich möchte mich da jetzt nicht runter ich war jetzt mal ganz brav bist du da kommt mein freund warum geht er jetzt hier lang ich muss doch hoch ok hat geklappt schnell schnell zack 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 hier ist irgendwo irgendwas bestimmt ja hier ist was wir sagen wir sind jetzt bitte bitte sagen wir sind letzten so ihr wisst alle was noch fehlt hi und zwar die blume und hier ist das ziel also hier ist irgendwann locker eine blume versteckt bestimmt können das ja ja ok wir haben nicht alles die leben fehlen das ist nicht euer ernst mir fehlen die dann werde ich leben nachholen eben auf screen und dann sehen wir uns wir haben noch zeit wir sind uns im letzten level noch in dieser welt das können wir sogar in dieser folge noch sehen ist das nicht toll ja ich hoffe ihr freundlich ich wett jetzt und spaßigerweise das level noch mal neu machen also diese dummen alle oder schlangen oder was auch immer das sind die haben das level versorgt während die nicht so kacke wie sie hier sind das sind wir uns cool ich glaube das level besteht 90% aus fröschen wo man die ganze zeit hin und her hüpft nein nein leider nicht so damit noch mal die leben nachgeholt und nun geht es weiter ins dritte level dieser tollen welt können wir sagen dschungeltour match auch nicht wieder so ein besonderes level ein match level aber eine dschungeltour hört sich richtig geil an ich hoffe das level nimmt inspiration vom ersten dieser wird und nicht vom zweiten wir werden sehen was ist denn gewollt wir müssen sachen also es ist wie pokémon selbst so gesehen wir müssen sachen abtreffen aber 8000 punkten haben wir geschafft oder dschungeltour match wirfeier auf die tipps die tierziele es gibt eine ganze menge davon und gott eine ganze menge sicher aber komisch dazu vom ersten level allerersten level das ist doch schöne wieder zu sehen das banne bisher ist es ist kostet diese und ihr wisst wir müssen immer noch 100 prozent sammeln das um das weg die kino denke ich auch noch denke ich auch noch richtig auch noch 100 deine waren 300 verdammt das noch ein verdammter oder rechts rechts der rechte noch welche die bewegen sich und die bewegen sich die roten münzen habe ich das schon mal ich hoffe ich schaff es trotzdem noch verdammt hätte ich mir schlechter an als vorher da war was cooles ich bin nicht mehr finden komm mal auf mal auf ist ich habe mir eine sehr lange tue zu sein weil ich habe noch nicht so viele punkte bisher macht das echt spaß bisher finde ich das cool Nein Verdammt Yes Gut Ich finde man sollte hier extra einstellen Dass man unendlich hat Unendlich zum schießen Oh Gott nicht so eine Yes Nice Okay Ich habe mich darauf konzentriert Statt auf die Punkte Ich weiß Aber es ist nicht so schlimm Leute Okay Hink doch nicht auf Okay Ich mag das Level Ist glaube ich meine Lieblingswelt bisher Auch wenn das zweite Level richtig reingekackt hat Ja ich werde es auf jeden Fall nochmal nachmachen müssen Das Level hier Weil ich nicht alles habe Aber sollte auch klar sein Okay glaube ich irgendwie eine Blumenbekommen Ich weiß gar nicht welche Aber ich Sag nicht nein Definitiv nicht Warum hängen bei den Bäumen oben So Heftzwecken Oder was auch immer das ist Ich bin gerade etwas Konzentriert Schrichtig unkonzentriert Oh Gott Ich habe bestimmt was verpasst Oder Warte was Wir haben alle rote Münzen Alle Leben Alle Münzen Und uns fehlen nur noch drei Blumen Und die Punkte Und natürlich die Punkte Oh Gott Fehlen uns da viele Ich habe alles abschließend was wir sehen können Hinter allem könnte nämlich was sein Irgendein Gegner Irgendwas Ich brauche die Münzen nicht Oh hier wir kommen Mal runter Ich habe einen gerungengang Yes Verdammt habe ich eine Eier mehr Nein Da Yes Ich habe noch einer mit 100 Aber dann kriege ich aber nicht mehr glaube ich Oder Ich weiß es nicht Dann geht denn das Und warum Fehlt mir denn noch Drei Wann sind es drei Ja noch drei Blumen Warum fehlt mir noch mal Blumen 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 Oh geil Ich liebe die Welt bisher Ich bin so toll Nein ist das Ende Was Wie viele Punkte Nein Wie fehlen die Punkte War klar Und mir fehlen Drei Blumen Wo fehlen mir drei Blumen Wo habe ich Was Hä Wo fehlen mir drei Blumen Achso Ich bin nicht dumm Das sind die Okay Dann haben wir nur die Punkte gefehlt Gut Dann werde ich das Offscreen nachmachen Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen Wenn wir die Rückseiten spielen Und die Quests erledigen Yeah So ich werde noch Nur noch kurz reinschneiden Wie ich Hier Äh Dran drehe Obwohl Wisst ihr was Das Heben wir uns für die nächste Folge auf Anfang nächste Folge werden wir das aufmachen Wenn ihr euch gefahren habt Lass gerne positive Erwertung da Und dann sehen wir uns nächste Folge Wahrscheinlich übernächste Folge Bei dem Bosskampf wieder Und nächste Folge In dieser wunderschönen Welt Nochmal Haut rein Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020